Groß war die Freude, als der 1. FC Köln am 17. November die Verpflichtung von Anthony Modest bekannt gab. Der Angreifer war zurück und hatte sein Intermezzo in China hinter sich gelassen. Für den Zweitligisten spielen darf der 30-Jährige aber immer noch nicht. Wie Kölns Vizepräsident Tony Schumacher klarmachte, könnte es mittelfristig dabei bleiben. In der Saison 2016-2017 hatte Modest 25 Bundesliga-Tere für Köln erzielt und damit die Domstädte in die Europa League geschossen. Köln stand Kopf. Der Liedermacher Ecke Hüftgold widmete dem Stürmer sogar einen Song. 2017 zog es Modest nach China zu Tianjin Tianhai. Ohne die Lebensversicherung stieg der FC prompt in die zweite Bundesliga ab. Im vergangenen November war Kölns verlorener Sohn dann zurückgekehrt, und hatte einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Köln stand erneut Kopf, fast wie am Rosenmontag. Doch einen Pflichtspieleinsatz hat Modest bisher noch nicht bestritten. Die Lage ist verzwickt. Ja, stimmt, es kann passieren, dass Tony nicht für uns spielen darf, sagte Tony Schumacher gegenüber dem Express. Der Weltverband FIFA erklärte Modestes Vertragsauflösung bei Tianjin für ungültig. Der Franzose hatte sich über ausbleibende Gehaltszahlungen beschwert. Die FIFA entschied zwar, dass Tianjin eine Nachzahlung leisten müsse, trotzdem beharrte die FIFA auf ihrem Standpunkt, wonach Modestes Arbeitsverhältnis mit Tianjin Schwanchen FC ohne triftigen Grund gekündigt hat. Schumacher beklagt den aktuellen Stand, die Situation tut mir für ihn leid und ist mit gesundem Menschenverstand schwer nachvollziehbar. Dass sich die juristische Situation noch so verkompliziert, war in dieser Form nicht abzusehen. Die erste FC Köln kann die Spielgenehmigung für Modest erst anfordern, wenn die FIFA die Kündigung verordnungsgemäß erklärt. So wie es aussieht, könnte Modest erst ab Sommer für den Tabellenzweiten auflaufen, wenn bis zum Ende des Wintertransferfinsters am 31. Januar nicht alles geregelt ist. Danach sieht es jedoch nicht aus. So wie es aussieht, könnte Modest, ist ein Blick.